Abonnieren, auf Glas, auf Glas, auf Glas, ein Lai, ein Lai, da, da. Denk ich auf jeden Fall durchsuchen da der Aufnahme. Ja. Oh mein Gott. Wenn man schon anfängt da, glaube ich, Sachen wegzulegen, einfach direkt festsetzt. Aktuell am Würfelpark ist eine Person auf einer Barty mit weißer Kleidung. Vielleicht könnt ihr die da schon irgendwo ausfindig machen, wir sind noch nicht in der Nähe. Aber auch nicht nur 3 ETA, 20 Sekunden. Vermutlich fährt die Person eventuell zum PD um Tickets zu bezahlen. Vielleicht ist ja die Leitstelle vor Ort und kann mal rausschauen, ob da eine komplett weiß gekleidete Person kommt. Also hier kommt, also hier war keine Barty am PD. Dann müssen wir auf den nächsten Standort warten, also wie gesagt, haltet die Augen auf, es ist auf jeden Fall eine... ...Barty-Person ist zu weiß gekleidet. Auf jeden Fall ein weißes Oberteil, ich glaube, weiße kurze Hose. Ja, Piet, da musste das vielleicht, äh... Ach, Digga, das war einer von uns. Das musste vielleicht, äh... ...ETZE herausfinden, ne? Piet. Warum ist mir Espel die ganze Zeit hinter der gefallen, Digga? Ach du Scheiße, jetzt kriegt der Standort wegen SCVO, Hilfe! Und dann habe ich die Verfolgung abgejagt, das war der Moment, wo ich Code 2... Was für eine Verfolgung? Du hast niemanden verfolgt. Ich... Es wurde Standort durchgegeben. Es... Es wurde Standort durchgegeben. Ja, und ich hatte auch kein Code 3, ja. Du bist wieder Code 3, du bist einfach zu schnell gefahren und bist zum PD gefahren und nichts anderes. Und danach bist du mit 160 weiter gefahren. Ja, okay. Warum? Ja... Ich weiß es nicht. Aber ihr seid ja nicht alleine, ne? Schönen Tag. Ja, toll. Was sollen wir jetzt machen, Digga? Warte... Äh, wir haben die Frasche weggenommen, Digga! Am besten tappen, ne? Dann geht's schneller. Tappen? Ja, tschönen mal. Ey! Du hast uns gefickt, du hast uns gefickt! Du hast uns gefickt, ey! Du hast uns so gefickt, Digga! Ja, halt mal anderem. Oder wo soll ich sein? Ich kotze auch gleich. Ja, aber... Wo befindest du dich momentan? Steig mal aus, ne? Oh! Perfekt! Ah! Ah! Bruder! Raussteigen! Steig mal aus! Steig mal aus! Ende hoch! Nimm die Hände an! Redfield passt auf! Da sind seine Kollegen! Eine da! Eine da! Eine da! Eine Waffe draußen! Die bedrohen wir jemanden! Was ist denn? F90 Casino! F90 Casino! F90 auch geschossen! Verstehen! Hallo! Wird geschossen, ja! Amateure! Ich hab' dem Fahrzeug gezinkt! Ich hab' dem Fahrzeug gezinkt! Ah! Wolltest du Gachi fahren? Gachi, ich will auch Gachi fahren! Warte! Gachbar fahren! Hey! Hallo! 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 Ich hab' die Waffe runter! Lasst ihn in Ruhe! Lass ihn in Ruhe! Alter! Was soll das denn? Hey Pester, was ist jetzt Sache? Was? 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 Erstens, was für Fetzen und wen wollt ihr überhaupt? Warum bist du leider was zur Familie gehört? Digga! Keule! Was ist mit dir? Ich rede doch mit dir! Was ist denn? Ja wie was denn? Ich sag' dreimal ihr sollt die Leute aussteigen lassen! Welche? Elias Adams, Digga zum Beispiel! Brad Seals zum Beispiel! Sarah zum Beispiel! Ja! Aussteigen! Wer ist Brad Seals? Drei! Zwei! Herkommen! Gib mir deinen Ausweis! Wo ist der Rest von dem? Hol' den Rest dran Digga! Funk durch! Dass er dir herkommt und du stirbst! Ist mir scheißegal! Funk durch! Die wollen jetzt, dass ihr die Leute da irgendwie rausgibt! Ich schmeiß den mal raus! Und du gibst mir deinen Ausweis! Jetzt! Welche Leute? Bitteschön! Die ganzen Leute oder was? Kannst du deine Maske absetzen ne? Chase McCullens! Bist du mich verarschen? Bist du dich bei Aslas? Ja und? Du packst irgendwelche Leute zu mir! Bist du mich verarschen oder was? Was ist Knallt? Da verpiss ich Digga! Was ist Knallt? Ich hab doch keines gesagt! Deine Leute knallt doch! Ist mir scheißegal! Verpiss dich! Digga! Die wollen mich rausführen! Die wollen mich! Die wollen mich! Die wollen mich! Wir werden wieder rausgezogen! Digga! Komm 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 komm! Komm da amphiran! Komm da amphiran! Komm um hier rum! Komm komm da irgendwie rum! Komm um die rum! Komm hier aufSN fehl! Ja drauf da links auf Damit kommen! Schwги! Beiperson! Ich lage so schnell, ich kann nicht mal ziehen. Hä? So! Wir sind der NTC, wir sind der NTC, schnapp mal! Kriegst du die Pupp ins Gesicht, Junge! Komm mal her, komm weiter, zieh, zieh! Ohne schießen, schieß doch nicht, warum soll ich schießen? Ja, ne, ne, wer kriegt das schon? Ey, jetzt reicht's aber hier! Alles gut, der ist rausgeflogen! Konnichiwa! Konnichiwa! Ähm, ich nehm mal an, du hast was zu melden? Ja! Ja! Dann auch an euch, ja, ab heute, die Hornsverfälle und die Akkuse Mafia, wir übernehmen das Kartell! Ja? Sprich, ihr habt euch zu beugen, unser Wort ist ab heute gesetzt. Die Kleinigkeiten und den Rest klären wir am Sonntag um 20 Uhr. Wo wird euch noch mitgeteilt? Aber dass ihr auf jeden Fall schon mal Bescheid wisst. Und ich sag euch jetzt schon, folgt euch lieber, oder ihr bereut es! Sayonara! Meme-Frag! 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 Das. Recht. Schauen wir mal, was hier noch so alles steht. Ja, sollten sie doch eigentlich als Exekutiv-Beamter wissen, oder? Ne, ihr lest es lieber 1 zu 1 vor. Ist nun nicht mal das machen sie, so ne Flachzange. Das ist so unglaublich, wirklich. Er lest es lieber vor, dann lest er sich mal saugend drinstehen. Ich kenne die, die man auch immer stets bemüht, ne? Also das ist mir jetzt auch einfach echt zu dumm, ne? Tschüss. Ich will die runter pitten ins Wasser. Mach ich auch. Also wenn du das schaffst, 10 von 10. Jetzt hast du reingeschissen, schade. Ich habe einen Ball zu opfern, der hat unsere normale gedroppt. Was ist das? ist die mauer wir haben die auf jetzt die reine kommen auf rechts auf den partner Partner, Partner zum, Partner zum, Partner zum, Partner zum. Ein anher ne rum, Partner zum. Ein anher ne rum, Partner zum. Ein anher ne rum, Partner zum. Redet weiter mit mir. Bitte redet, redet. Macht den Funk an, redet. Macht den Funk an und redet, macht den Funk an und redet. Die haben wir. Nice, let's go weiter. Gro 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 Gro. Schub mir noch nimm ich hier in mein Kopf voll rein. Kühle leit alle meine Sachen mit meim Geld so ein. Wir fahren durch die Stadt, machen alles was du so malst. Und ich will nicht mehr mit dir hoch, denn ich hab alles, was du hast Hey du, ich hab doch schon gesagt, dass ich das nicht mehr will Und ich glaub, dir macht es Spaß, den Bye-Bye zu killen Wir gehen doch in den Club heut rein Das alles machen wir ohne dich, oh nein